Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier sind und sich für dieses Thema interessieren, das ja ziemlich umstritten ist. UAPs oder UFOs, wie man sie früher nannte, halte ich für die größte Herausforderung für die Menschheit in nächster Zukunft und warum ich das sage, das liegt daran, dass ich seit 15 Jahren wirklich mich hauptberuflich darum kümmere. Ich muss sagen, UAPs sind seit Jahrzehnten stigmatisiert und von der Wissenschaft ignoriert worden und darum weiß die Öffentlichkeit nichts darüber und es setzt immer so ein reflexhafter Lachreiz ein, wenn man das Thema anspricht. Aber wenn man sich wirklich vorurteilsfrei mit dieser Materie beschäftigt, dann wird man sehr schnell hellhörig. Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema und ich möchte sagen, es ist auch ein sehr komplexes Thema. Es gibt keine leichten Antworten, es gibt keine Beweise von der Stange, die man jetzt einfach mal in einem 90-Minuten-Vortrag aus der Hosentasche ziehen könnte. Und darum ist es mir auch sehr wichtig zu betonen, dass ich hier nicht versuchen will, irgendetwas zu beweisen, sondern ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, was meiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte dieses Phänomens sind. Und ich möchte Sie einladen, diese Informationen selbst kritisch zu prüfen und sich eine eigene Meinung auf Grundlage der selbst erarbeiteten Fakten zu bilden, weil wir brauchen dringend eine informierte und breite öffentliche Diskussion über dieses Thema, das sich wirklich als das wichtigste Thema der Menschheit erweisen könnte. Freilich sehen das viele Mitmenschen natürlich ganz anders. UFOs oder UAPs, also Unidentified Aerial Phänomena, unidentifizierte Phänomene im Luftraum, wie sie jetzt genannt werden. Das wissen wir alle, das ist natürlich Quatsch und darum brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Ja, das ist ja nichts als Fantasie von weltfremden Spinnern oder von Verschwörungstheoretikern. Und ganz ehrlich, wer hat schon Zeit, sich mit irgendwas da draußen zu beschäftigen, hier bei uns im Goldfischglas, da gibt es doch genug zu tun. Das ist jedenfalls die Meinung von vielen Menschen und darum möchte ich da dieser Vortrag in der Reihe Wissen ist relevant erscheint, zuallererst mal darlegen, warum sind UFOs relevant? Sie könnten tatsächlich die größte Herausforderung der Menschheit darstellen. In Deutschland vor allem wird das Thema als Humbug abgetan, aber international ist der Kenntnisstand weit umfangreicher. Und wir reden hier von Militärzeugen, wir reden von freigegebenen Regierungsdokumenten, Geheimdienstberichten auf der ganzen Welt, die eine eindeutige Sprache sprechen, nämlich dass das Phänomen real ist. Und da rede ich jetzt nicht von diesen 90 Prozent der Erscheinungen, die sich ganz konventionell erklären lassen als Wetterballons, astronomische Erscheinungen, Flugzeuge, Insekten vor der Linse und was es da alles so gibt, sondern wir reden von handfesten militärischen Zwischenfällen, die inzwischen in den USA als Gefährdung der Sicherheit im Luftraum, aber auch als Gefährdung der nationalen Sicherheit angesehen werden. Aber bevor wir näher dazu kommen, möchte ich vielleicht ganz kurz mal theoretisch umreißen, was denn Wissenschaftler dazu sagen, welche Folgen ein Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz für die Menschheit haben könnte. Es gibt in Deutschland zwei Soziologen, Dr. Michael Schetsche und Dr. Andreas Anton, die die Politik auffordern, konkrete Schritte zur Vorbereitung auf einen Kontakt mit Außerirdischen zu unternehmen. Sie haben das Feld der Exosoziologie in Deutschland neu begründet und dazu dieses Buch herausgebracht, die Gesellschaft der Außerirdischen, Einführung in die Exosoziologie. Und in diesem Buch erkunden Sie, welche Auswirkungen ein Erstkontakt mit einer außerirdischen Intelligenz auf die Menschheit hätte. Das ist natürlich ein Ereignis mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber wenn es eintritt, hat es massive Auswirkungen auf unser aller Leben. Und Sie erörtern in diesem Buch drei Szenarien, nämlich das Signalszenario, das Artefaktszenario, das Begegnungsszenario. Im ersten Szenario werden Signale aus dem Weltraum aufgefangen, die künstlichen Ursprungs sind, die für die Menschheit relativ irrelevant wären, wenn sie aus weiter Entfernungen kommen. Was natürlich etwas anderes wäre, wenn sie aus unmittelbarer Nähe der Erde kommen. Das könnte, sagen die beiden Soziologen, der individuellen und kollektiven, also politischen und ökonomischen Zukunftsplanung ein schwerwiegendes Element der Unsicherheit hinzufügen. Das zweite Artefaktszenario besteht darin, dass materielle Hinterlassenschaften von Außerirdischen auf der Erde oder im Sonnensystem gefunden werden. Und Sie sagen, es würde sich natürlich erstmal eine Debatte darüber entspannen, ob es echt ist, ob es wirklich künstlich ist. Und wie es sich auswirkt, würde davon abhängen, wie alt es ist. Wenn es 100 Millionen Jahre alt ist, ist es egal. Aber wenn es, sage ich mal, weniger alt ist, 100 Jahre alt oder sowas, dann wäre die Menschheit mit unmittelbaren zeitlichen Nachbarn konfrontiert, die möglicherweise von der Existenz von uns auf der Erde wissen. Und das würde ja bedeuten, dass man sich damit auseinandersetzen müsste, ob sie irgendwann zurückkehren zur Erde. Und politisch wäre diese Entdeckung natürlich auch umso brisanter, wenn nicht klar ist, wem das Ding gehört. Und aus diesem Grunde könnte es ein großes Interesse des Militärs geben, da ja ein möglicherweise potenzieller technischer Gewinn, technologischer Erkenntnis zu Gewinn zu erwarten ist von so einem Artefakt. Und es ist klar, dass Militärs natürlich sich um sowas reißen würden. Von daher besteht hier also tatsächlich die Möglichkeit, dass hier geheimdienstliche oder sogar militärische Mittel eingesetzt würden von einem Land gegen ein anderes Land, um sich dieses Artefakt zu bemächtigen. Das dritte Szenario, das Begegnungsszenario ist natürlich in dem Buch der beiden Soziologen das krasseste Beispiel, in dem ein außerirdisches Raumschiff im erdnahen Weltraum erfasst wird und aufgrund seiner Flugmanöver oder anderer Aktionen anzunehmen ist, dass es wirklich von einer biologischen oder künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Und hier wird die Sache, wie die Soziologen sagen, viel komplexer, denn jetzt gibt es auch noch einen handelnden Akteur, über den man nichts weiß. Weswegen Sie das als die prognostische Lehrstelle bezeichnen. Sie können sich also nicht damit befassen, wer das ist, was Sie wollen, sondern nur mit der möglichen Reaktion der Menschheit. Wie reagiert also jetzt die Menschheit, wenn sie mit einer höher entwickelten Spezies konfrontiert ist? Das nennen sie eine radikale Form eines asymmetrischen Erstkontaktes. Und was Sie damit meinen, ist das, was wir bei der Entdeckung von Amerika erlebt haben. Das ist den südamerikanischen Zivilisationen nicht gut ergangen, diese Entdeckung. Also es dürfte laut Einschätzung der Soziologen nach dem Auftauchen eines solchen Fluggerätes unmittelbar, nachdem die Entdeckung öffentlich wird, zu schwerwiegenden massenpsychologischen, ökonomischen, religiösen und politischen Auswirkungen führen, von denen viele eher negativer Natur sein dürften. Und Sie sagen, schlimmstenfalls sind Situationen vorstellbar, dass es zu einem großen Krieg kommt oder im Fall eines Begegnungsszenarios unter ungünstigen Umständen sogar zur Auslöschung der Menschheit durch eine technisch überlegene Intelligenz. So, und dabei haben die Forscher jetzt noch gar nicht das UFO-Szenario mit berücksichtigt. Das UFO-Szenario, das müssen Sie ausklammern, weil Sie sagen, man kann sich dem nicht soziologisch nähern. Da muss man ganz andere wissenschaftliche Methoden anbringen. Da muss es um Physik gehen, da muss es um Astrobiologie gehen und so weiter, Psychologie auch. Das können Sie rein soziologisch nicht abhandeln. Aber ich bin ja kein Soziologe, sondern ich bin Journalist und ich sage mal, das UFO-Szenario ist die heißeste Spur, die wir haben zur Entdeckung von außerirdischer Intelligenz. Das UFO-Szenario, das ich vorschlage, ist, dass das erste, das zweite und das dritte Szenario oder mehrere von denen bereits eingetreten sind. Die Regierungen wissen Bescheid, dass es so etwas gibt. Diese Flugobjekte werden gesehen. Das Militär hält diese Sichtungen geheim. Natürlich aus dem Grund, dass sie Chaos verhindern wollen und dass sie auch selbst keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. Und dass dieses Szenario real ist, das zeigt sich jetzt immer mehr. Seit Erscheinen des Buches sind immer mehr Fakten an die Öffentlichkeit gekommen und es haben sich unglaubliche Sachen inzwischen abgespielt. Unter anderem vor dem US-Kongress im Mai 2022. Da gab es eine UAP-Anhörung, bei der die Abgeordneten und die beiden vorgeladenen Geheimdienstler, die mit der UFO-Forschung für den Staat beauftragt sind, mal erzählt haben, was sie über UFOs wissen und wie sie dieses Thema einschätzen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Unidentified aerial phenomena are a potential national security threat. Und sie müssen das so tun. Für schon lange, die Stigma mit den UAP-Anhösen hat in der Lage, gut intelligence analysis. Pilots avoided reporting oder laughed at when they did. DoD officials relegated the issue to the back room oder swept it under the rug entirely, fearful of a skeptical national security community. Today, we know better. UAPs are unexplained, it's true. But they are real. They need to be investigated. And many threats they pose need to be mitigated. Since the early 2000s, we have seen an increasing number of unauthorized and or unidentified aircraft or objects in military controlled training areas and training ranges and other designated airspace. Reports of sightings are frequent and continuing. There have been no collisions between any U.S. assets in one of these UAPs, correct? We have not had a collision. We've had at least 11 near misses, though. Can you cite a specific example of an object that can't be explained as having been human-made or natural? I mean, the example that I would say that it is still unresolved, that I think everyone understands quite well is the 2004 incident from Nimitz. We have data on that and that simply remains unresolved. Also, der USS Nimitz-Fall sei nach Aussage des stellvertretenden Direktors des US-Marine-Geheimdienstes, Scott Bray, einer der unerklärten Fälle, den Sie gemessen haben mit verschiedenen Sensoren. Das ist das erste Mal, dass Sie das gesagt haben. Übrigens, dass Sie Sensordaten zu diesem wichtigen Fall haben. Und auf den möchte ich gleich eingehen. Ganz kurz noch der Hinweis, die gesamte Anhörung gibt es mit deutschen Untertiteln auf unserer Website exopolitik.org. Der Link ist hier eingeblendet. Von 144 untersuchten Zwischenfällen konnte nur einer erklärt werden. Und die meisten dieser Fälle wurden mit mehreren Sensoren festgehalten. Das geht also hier nicht nur um Augenzeugenberichte oder sowas, sondern es geht um militärisch dokumentierte Zwischenfälle von Fluggeräten mit erstaunlichen Flugeigenschaften. Und einer der bekanntesten, inzwischen bekanntesten Fälle, ist der, der sich im Jahr 2004 vor der US-Westküste abgespielt hat mit diesem Flugzeugträger. Er gehört zur Flugzeugträger-Geschwader-Gruppe Nimitz. Die besteht aus mehreren Flugzeugen natürlich. Ein Flugzeugträger, ein Lenkwachenkreuzer ist dabei, Radarflugzeuge sind dabei. Es gibt inzwischen mehrere, es gibt ein Video, ein UFO-Video von diesem Vorfall. Es gibt drei Kampfjet-Piloten, zwei Radar-Operateure, einen Sicherheitsoffizier und zwei Bordtechniker, die inzwischen in verschiedenen Artikeln und Dokumentationen ausgepackt haben. Es gibt zudem einen geleakten internen Untersuchungsbericht. Und ich möchte den Fall aus allen mir vorliegenden Quellen mal so gut wie möglich kurz umreißen, damit Sie eine Idee haben, womit wir es hier zu tun haben. Also im November 2004 führt diese Nimitz-Trägerkampfgruppe 40 Meilen vor der Küste von San Diego Übungen durch und wird begleitet von der USS Princeton, einem Lenkwaffenkreuzer und verfügt über das leistungsfähigste Marineradar der Welt. Es war dann so, dass Sie am Anfang der Übung seltsame Objekte beobachtet haben, die erstaunliche Kunststücke vollbracht haben, zum Beispiel im Sekundenbruchteil von 80.000 Fuß auf 20.000 Fuß abzusinken, um zu stoppen und zu schweben. Und diese Objekte sind wiederholt in großer Zahl aufgetaucht, gelegentlich mit dem Vielfachen der Schallgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Und da haben die sich natürlich gedacht, vielleicht ist was an unserem Radarsystem kaputt. Lass uns das nochmal neu kalibrieren. Das haben sie dann gemacht und das System neu gestartet. Und es schien alles einwandfrei zu funktionieren. Und jetzt waren die Objekte immer noch da, aber halt schärfer und klarer zu sehen. Und ein paar Tage später, am 14. November, wurde eines dieser seltsamen Objekte beobachtet, wie es sich an der Küste Mexikos in Richtung San Diego bewegte. Und es befanden sich zu diesem Zeitraum zwei F-18 Kampfjets in der Reichweite, in diesem Übungsgelände. Das ist ja alles ein Marineübungsterritorium dort in der Gegend. Und die wurden angewiesen, dieses unbekannte Flugzeug abzufangen. Und als sie dann dahin geflogen sind, haben sie dieses Ding gesehen. Das ist jetzt hier nur eine Darstellung, das ist kein originales Foto. Ein flügelloses, weißes Objekt, das fast 50 Fuß lang war. Also ich denke 17 Meter, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und es sah an der Oberfläche aus wie ein Tischtennisball, ganz glatt und weiß. Und ist wie ein Tischtennisball hin und her gesprungen. So wie ein Tischtennisball, der zwischen unsichtbaren Wänden hin und her hüpft. Und darunter war eine bewegte Wasseroberfläche, als ob etwas direkt unter der Oberfläche wäre. Der Kommandant David Fravor, der an Bord des ersten Flugzeugs war, hat beschlossen, abzusinken, runterzufliegen zu diesem Objekt und zu gucken, was es damit auf sich hat. Als er sich auf das, als er dorthin fliegt, bewegt das Objekt sich auf ihn zu, steigt dann in einer Spirale auf, wobei es seinen Abstand zum Kampfjet beibehält. Und Commander Fravor konnte also ganz klar dieses glatte, weiße Objekt ohne jeglichen Lufteinlass, ohne Auspuff, ohne Heck oder Flügel erkennen. Und hat versucht, sich diesem Flugobjekt zu nähern. Und als er das versuchte, schoss das wie eine Gewehrkugel davon, was an sich schon verblüffend ist. Denn man braucht unglaublich viel Energie dafür, um sowas zu machen. Und abgesehen davon übertreffen diese Beschleunigungskräfte, die dabei wirken, natürlich alles, was ein Pilot, der da drin sitzen würde, oder auch das Ding selber nach unserem Kenntnisstand überleben würde. Also das Ding würde auseinanderfliegen einfach. Und all das wurde nicht nur von ihm beobachtet, sondern eben auch von den Radars. Und viel interessanter war auch noch, das Ding war dann weg, die Piloten sollten zurückkehren zu ihrem Cappoint. Es wurde ihnen durchgesagt, sie sollen sich in eine bestimmte Gegend bewegen. Die wird als Combat Air Patrol Point bezeichnet, also ein Treffpunkt, eine Sammelstelle für die Jets, die dann von dort aus mit ihren Bordinstrumenten das Einsatzgebiet abscannen und gucken, ob da noch was weiteres ist. Und während sie also ihre Flugzeuge drehen und sich zu diesem Cappoint aufmachen, bekommen sie schon die nächste Nachricht von ihrer Leitstelle, dass das UFO sich jetzt an ihrem Cappoint befindet. Woher wusste dieses UAP, wo sich dieser Cappoint befindet? Das ist eine ganz wichtige Frage und ich komme später darauf zurück. Hier sehen wir also nochmal die Übersicht von dem Einsatzgeschehen. Sie sind dahin geflogen, David Traver ist darunter geflogen, wo das Objekt war, wo es über der Wasseroberfläche war. Das Objekt ist dann hier abgezischt und ist später hier an dem Cappoint aufgetaucht, wo die sich dann später hinbegeben sollten. So sah das aus. Mit wenig Treibstoff sind die beiden F-18 Jets zur Nimitz zurückgekehrt. Es gibt auch noch eine andere Pilotin, Alex N. Dietrich, die das genauso beschreibt. Die war in einem der ersten beiden Flugzeuge dabei. Es ist dann ein drittes Flugzeug gestartet und an Bord war dieser Mann, Chad Underwood, ein Waffensystemoffizier. Er ist derjenige, der das Objekt tatsächlich nicht nur auf seinem Radar gesehen hat, sondern er ist auch derjenige, der dieses weltberühmte Video gemacht hat. Er hat gesagt, es schien, als würde das Fahrzeug, also dieses Objekt, sein Zielsystem stören. Es war ihm nicht so ohne weiteres möglich, das Objekt anzuvisieren, obwohl es sich nicht bewegt hat, was ungewöhnlich ist für ein System, das dafür gedacht ist, eben gerade Objekte mit Ausweichmanövern usw. getrackt zu halten. Hier also dieses berühmte FLIR-Video, das im Dezember 2017 von der New York Times und der Washington Post und vielen anderen Mainstream-Medien veröffentlicht worden ist. Und es zeigt eben dieses Objekt. Für Nichtkenner von militärischen Aufnahmen zeigt das hier natürlich nichts weiter als einen weißen Punkt. Skeptiker sagen deswegen, das kann alles möglicher sein. Ich glaube, der deutsche Astronaut Ulrich Walter hat sogar gesagt, das ist ein Fliegenschiss auf der Linse. Aber es ist natürlich ein bisschen komplexer, denn es hängen alle möglichen Sensordaten und Aussagen, Zeugenaussagen usw. dran, die hier nicht zu sehen sind. Interessant an dem Objekt ist, dass es ein ovales, längliches Objekt ist. Es gibt keine Hitzesignatur, keine Abgasfahne wie bei einem gewöhnlichen Jet. Es hat keine Steuerflächen, keine Tragflügel. Und es gab auch keine anderen unidentifizierten Objekte in der Nähe, so dass es also keine Verwechslung mit anderen Fluggeräten sein kann. Und gegen Ende des Videos zischt das Ding dann plötzlich mit großer Geschwindigkeit nach links aus dem Bild und verschwindet, weil das System das Objekt nicht mehr verfolgen kann. Chad Underwood selbst sagt dazu, es ist ihm aufgefallen, wie unberechenbar sich das Teil bewegt hat. Es ist hin und her gezischt, Höhenrichtungs... Hier ist es weg, jetzt ist es weggezischt, hat man gerade gesehen. Höhengeschwindigkeitsrichtungsänderungen, das alles war ganz anders als alles, was man bisher bei Flügen so gesehen hat, bei anderen Luftübungen. Es verhielt sich einfach auf eine Art und Weise, die physikalisch nicht normal ist, sagt er. Und dieses Tic-Tac hat sich also völlig anders bewegt. Das ist eben nur die Spitze des Eisbergs, die wir mitbekommen dürfen von solchen Zwischenfällen. In der Anhörung vor dem US-Kongress haben wir erfahren, dass seit Anfang der 2000er Jahre solche Zwischenfälle zunehmen. Es kommen immer mehr solche Fälle dazu. Und warum wir überhaupt einen Einblick in diese internen Informationen hier bekommen haben, das ist diesem Mann hier zu verdanken. Auf der linken Seite Luis Elizondo. Er hat im Pentagon das geheime UFO-Forschungsprogramm ATIP geleitet. Advanced Area Threat Identification Programme, also Programm zur Identifikation von fortgeschrittenen Bedrohungen im Luftraum. Von 2008 bis 2017 lief das. Er hat es von, ich glaube, von 2010 bis 2017 geleitet. Und er steht nach wie vor unter einem Geheimhaltungseid, kann also nichts weiter sagen. Er muss, oder anders gesagt, er muss sehr aufpassen, was er sagt. Aber er hat ohne Zweifel mehr Informationen über die UFO-Erkenntnisse der Regierung und des US-Militärs ans Licht gebracht als jeder andere. Vielleicht sieht man es auf dem Foto. Als ich ihn 2018 in Rom kennengelernt habe, war ich ziemlich vorsichtig und skeptisch, wie man das eben immer tut, wenn man mit Geheimdienstlern redet. Weil man nie weiß, ob die einem die Wahrheit sagt. Aber ich habe seine Arbeit die letzten fünf Jahre beobachtet. Und ich muss sagen, es spricht nichts dafür, gar nichts, dass er eine Puppe der US-Regierung wäre, um eine UFO-Agenda zu promoten, sondern eher das Gegenteil. Er hat, es sieht sich eigentlich einer großen Desinformationskampagne und Behinderung durch die US-Regierung ausgesetzt seitdem und hat sogar den General Inspector damit beauftragt, da klar Schiff zu machen. Weil inzwischen, das Pentagon hat zwischendrin behauptet, er hat dort gar nicht gearbeitet und sie wüssten gar nicht, was der da gemacht hat und so. Das ist natürlich falsch. Über Luis Elizondo ist außerdem zu sagen, dass er sich Mitte, Ende 2017 mit einem Rockstar zusammengetan hat. Der heißt Tom DeLonge. Und der hat, und da waren noch andere Geheimdienstler und Leute aus dem Luftfahrt- und Verteidigungsestablishment dabei, die haben die sogenannte To-the-Stars-Academy gegründet, die sich groß auf die Fahnen geschrieben haben, ja, wir werden jetzt hier die Informationen, die es gibt, werden wir jetzt aufbereiten und so veröffentlichen, dass die Menschheit das versteht, dass wir nicht allein sind und so ziemlich pathetisch. Aber sie haben tatsächlich interessante Sachen bewerkstelligt, zu denen ich dann später komme. Also das nur ganz kurz im Hinterkopf behalten. To-the-Stars-Academy, das ist diese seltsame, privat-geheimdienstliche Vereinigung, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Und Luis Elizondo hat mitgemacht. So, worum ging es also genau bei diesem UAP-Forschungsprojekt ATIP? Warum interessiert sich die US-Regierung also für UAPs? Dazu gibt es interessante Informationen aus einem Brief, der vom ehemaligen Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat stammt und an den stellvertretenden Verteidigungsminister geschrieben wurde, im Jahr 2008. Und er schreibt darin, also er bemüht sich in diesem Brief, eine höhere Geheimhaltungsstufe für ATIP zu bekommen, weil da mit sensiblen Informationen gehandhabt wird und man natürlich verhindern will, dass es in die falschen Hände gerät. Und er schreibt, letztendlich werden die Ergebnisse von ATIP nicht nur der US-Regierung zugutekommen, sondern ich glaube, dass sie auch dem Verteidigungsministerium direkt zugutekommen werden. Und zwar in einer Weise, die man sich noch nicht vorstellen kann. Die gewonnenen technologischen Erkenntnisse und Fähigkeiten werden den USA einen deutlichen Vorteil gegenüber ausländischen Bedrohungen verschaffen und es den USA ermöglichen, ihre Vorrangstellung als Weltmacht oder als Weltführer zu behaupten. Also halten wir kurz fest, UFO-Forschung aus geopolitischen, strategischen Gründen. Das ist die Ebene, auf der das UFO-Thema innerhalb der US-Regierung tatsächlich behandelt wird. Und das muss man jetzt mal im Kontrast sehen zu anderen Ländern, insbesondere in Deutschland, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, von denen man, wo man davon überhaupt nichts wissen will. Das sind also jetzt die fünf beobachteten Eigenschaften von UAPs. Diese Folie stammt aus einem Vortrag von Luis Elizondo aus Rom, Ende 2018. Er hat hier mal aufgeführt, die fünf beobachteten Eigenschaften, die die UAPs haben, die sie dort beobachtet haben und die sie von anderen gewöhnlichen Flugzeugen unterscheiden. Da haben wir zuallererst mal diese blitzschnelle Beschleunigung. Also viele UAPs werden dabei beobachtet, wie sie extrem schnell beschleunigen, schneller als jedes bekannte Objekt. Und diese Beschleunigung erzeugt natürlich massive G-Kräfte, die normalerweise jedes Schiff oder jede Besatzung zerquetschen würden. Es gibt außerdem Hyperschallgeschwindigkeit ohne Schallsignale. Also die können, wenn sie Überschallgeschwindigkeit fliegen, ohne den Überschallknall fliegen. Es sind vielfach dabei beobachtet worden, wie sie mit vielfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind. Und sie bewegen sich völlig lautlos. Auch das ist natürlich hochinteressant für das Militär. Genau wie diese plötzliche Beschleunigung. Also man hätte ja ganz andere Möglichkeiten zu manövrieren oder man hätte hier eine Möglichkeit, sehr schnell seine Waffen einzusetzen oder dem Feind auszuweichen oder auch einen Erstschlag auszuführen. Also das ist eben so eine strategische Fähigkeit, weswegen das für das Militär sehr interessant ist. Die geringe Beobachtbarkeit hier unten oder geringe Abkennbarkeit. Die UAPs scheinen die Fähigkeit zu haben, sich ihrer Entdeckung zu entziehen und sich von Radar- und Sichtgeräten zu verstecken, zu verbergen. Und wenn sie entdeckt werden, dann verschwinden sie manchmal ohne Vorwarnung. Das ist natürlich selbstverständlich eine der interessantesten Eigenschaften von UAPs für das Militär. Ist ja völlig klar. Dann eine Sache, die sehr interessant ist, die transmediale Bewegung oder transmediales Reisen. Das ist gar nicht so abgefahren, wie es klingt, sondern es geht einfach darum, dass einige der UAPs mühelos zwischen Weltraum, Atmosphäre und Unterwasser hin und her wechseln können, ohne dass sie dabei ihr Flugverhalten ändern müssen. Also sie können eine große Bandbreite an Druck aushalten, von hohem Druck im Ozean bis zum niedrigen oder fast nicht vorhandenen Druck im Weltraum und können durch alle drei Medien manövrieren, ohne dass es irgendeinen Unterschied gibt. Ich meine, wir brauchen da verschiedene Sachen. Wir brauchen Raumschiffe, die haben einen chemischen Antrieb oder einen anderen. Also Raumschiffe werden ganz anders angetrieben als Flugzeuge und Flugzeuge wiederum ganz anders als U-Boote, weil wir unsere Fluggeräte oder unsere Fahrzeuge eben anpassen müssen an das jeweilige Medium. Das müssen die UAPs nicht. Die können eben einfach durch alle drei durch und da erstaunliche Sachen machen. Und dann natürlich zum Schluss die Sache mit dem positiven Auftrieb oder man könnte es auch als Antikravitation bezeichnen. Sie scheinen in der Lage zu sein, einen Auftrieb zu erzeugen, aber sie haben keine Propeller, keine Flügel- oder Raketentriebwerke. Es ist irgendeine Art von Antriebs- oder Antikravitation, die von den Menschen noch nicht entdeckt worden ist. Das sind also diese fünf Observablen, die fünf beobachteten Eigenschaften von UAPs, die laut Luis Elizondo, dem ehemaligen Leiter des geheimen UFO-Forschungsprogramms im Pentagon, immer wieder beobachtet worden sind. Und diese Beobachtungen decken sich natürlich mit den Schlussfolgerungen von informierten UFO-Forschern über die Fälle, die seit Jahrzehnten aufgetreten sind. Denn UFOs gibt es ja nicht erst seit 2017. Und hier sehen wir mal ein Beispiel. Das stammt vom Schweizer Militär. Und diese Radaraufnahme, die ist in einem Buch abgebildet von einem der wichtigsten UFO-Forscher, die es in Deutschland gibt. Nämlich von dem Astrophysiker Elo Brand von Ludwiger in seinem Buch Unidentifizierte Flugobjekte über Europa. Diese Radaraufnahmen sind ihm sozusagen gesteckt worden. Er hat einige davon veröffentlicht. Am 18. Juni 1993 zuckelt also dieses unidentifizierte Objekt ohne Transponderkennung durch den Luftraum. Und während die Radarlotsen versuchen rauszukriegen, um was es sich dabei handelt, beschleunigt das plötzlich auf vierfache Schallgeschwindigkeit, schlägt einen spitzen Winkel nach links und verschwindet vom Radarschirm. Weil das Radar damals nicht in der Lage war, Objekte mit vierfacher Schallgeschwindigkeit und mehr überhaupt noch festzuhalten. Und hier sieht man schon an diesem Gerät, hier sieht man an dieser Radarspur, dass es ein Flugverhalten ist, was völlig unmöglich ist. Also Sie können nicht einfach in spitzen Winkel in der Luft fliegen. Sie können ja mal versuchen, wie das ist, wenn Sie auf der Autobahn bei 80 Kilometern pro Stunde mal das Lenkrad rumreißen, was dann passiert. Sie werden sicherlich nicht ganz spitz nach links oder nach rechts fahren, sondern Sie werden sich überschlagen, weil das Masseträgheitsgesetz, das ist bei uns ein Naturgesetz, natürlich verlangt, dass die einmal in Bewegung gesetzte Masse auch in dieser Form sich weiter bewegen will. Und Sie brauchen viel Energie, um die Richtung umzulenken. Und wenn das zu schnell geschieht, dann wirken Gehkräfte, dann wirken Bewegungskräfte, die tödlich sind für den Piloten des Autos. Und natürlich wären sie auch tödlich für den Piloten dieses, was immer das war, ganz zu schweigen von dem Flugzeug. Also ein Flugzeug würde sowas natürlich auch nicht überleben. Hier sieht man nochmal eine Änderung der Flughöhe, auch aus diesen Daten. Und hier sehen wir, dass innerhalb von acht Minuten dieses Objekt mehr als sechsmal seine Flughöhe verändert hat. Teilweise um mehrere tausend Meter innerhalb von kürzester Zeit. Also das sind Flugeigenschaften, die wir nicht kennen und die man als sehr unkonventionell bezeichnen muss, um das Mindeste zu sagen. Ja, mit unkonventionellen Flugbewegungen hat auch die belgische Luftwaffe zu kämpfen gehabt. In den Jahren 1989 bis 1990, einige sagen, bis Anfang 1991, wurde Belgien zum Schauplatz einer spektakulären UFO-Sichtungswelle. Hier sehen wir den Generalmajor der belgischen Luftwaffe AD, Wilfried de Broer, wie er gerade ein UFO-Foto in die Luft hält. Diese Objekte wurden dort gesehen. Allein am Abend des 29. November 1989 sind fast 140 Meldungen von diesen dreieckigen Fluggeräten eingegangen. Die hatten teilweise eine Seitenlänge von bis zu 400 Metern, waren völlig geräuschlos, sind die durch die Luft gezogen. Und, oder 40 Meter, Entschuldigung. Sie hatten mächtige Scheinwerfer, bewegten sich langsam ohne nennenswerte Geräusche, haben teilweise aus dem Stand auf sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Es gibt Gendarmenberichte dazu, die gesehen haben, wie dieses Objekt völlig geräuschlos mit drei hellen, nach unten gerichteten Scheinwerfern auf sie zukommt und dann in eine andere Richtung abdreht, folgen mit dem Streifenwagen dann diesem Objekt und verlieren es dann aus den Augen. Und sehen, dass das UFO dann eben in der Nähe, in 100 Metern Höhe verharrt, so als würde es sie erwarten. Und dann können sie es genauer erkennen, wie es dort also in der Luft hängt und verschwindet dann. Es gibt also unzählige solche Augenzeugenberichte. Das belgische Militär hat mit zivilen UFO-Forschern zusammengearbeitet, um diese Fälle zu dokumentieren. Es sind, glaube ich, mehr als 650 Untersuchungen durchgeführt worden und über 400 Stunden Zeugenaussagen auf Band aufgenommen wurden. Der Generalmajor Wilfried de Broer konnte nach der Beratung mit den NATO-Partnern immerhin bestätigen, dass Belgien keinerlei Flüge von irgendwelchen geheimen Tarnkappenjets oder experimentellen Flugzeugen da verzeichnet hat. Und die belgische Luftwaffe hat in mehreren Fällen auch tatsächlich Kampfjets gestartet, in drei Fällen. Und sie haben dabei diese Kampfjets auch schnelle Änderungen von Tempo und Flughöhe verzeichnet, die weit jenseits der Möglichkeiten von herkömmlichen Flugzeugen lagen. Und de Broer sagt bei dieser Pressekonferenz, die Luftwaffe war außerstande, die Art, Herkunft und Absicht des gemeldeten Phänomens zu bestimmen. Das ist nur übrigens eine von vielen sehr wichtigen militärischen Aussagen, die getätigt worden sind auf einer Pressekonferenz, die man sich auch in voller Länge auch auf unserer Website angucken kann unter diesem Link, der hier eingeblendet ist. Ich empfehle das wirklich sehr, denn da sieht man, dass das Phänomen eine militärische Dimension hat und es hier nicht um Tante Elsbeth geht, die vom Balkon irgendein Licht gesehen hat oder sowas, wie es ja in der Öffentlichkeit immer wieder gerne verkauft wird. Hier also nochmal das Foto, ein Foto dieses Phänomens. Es gibt Zweifel daran, ob dieses Foto jetzt echt ist, aber es zeigt dennoch, was die Leute beobachtet haben. Und bis heute ist es also völlig ungeklärt, was da war, aber man weiß, da war etwas und man kann es sich nicht erklären. Ja, nicht nur Belgien hatte mit UAPs zu tun, sondern natürlich Frankreich auch. Frankreich hat seit über 40 Jahren staatliche UFO-Forschung und die haben sehr interessante Fälle in ihrer staatlichen Datenbank. Zum Beispiel diesen hier vom 8. Januar 1981. Da ist es zu einer UFO-Landung gekommen, laut den Polizeiuntersuchungsprotokollen. Hier in Trance-en-Provence, einer kleinen Gemeinde in Südfrankreich. Da hat ein Frührentner gerade gegen 17 Uhr im Garten gearbeitet, als er ein leises Zischen hört. Er guckt nach oben und sieht ein Objekt, das weder Fenster noch Flügel aufweist und zügig auf den Boden zusteuert. Das kreisrunde Objekt landet. Er versteckt sich hinter der Gartenlaube. Es ist nur 20 Meter von ihnen entfernt. Es sieht aus, wie laut dem Bericht der Gendarmerie, laut dem Vernehmungsprotokoll der Gendarmerie, wie zwei aufeinander getürmte Untertassen. Hier sehen wir übrigens mal das Vernehmungsprotokoll. Und dieses Objekt kommt auf zwei runden Stützen zum Stehen, steigt nach einer Minute wieder mit einem leichten Zischen nach oben. Und als es etwa 25 Metern höher ist, schießt es mit sehr hoher Geschwindigkeit davon. Und einen Tag später bekommt die Gendarmerie Wind davon, vernimmt diesen Rentner, hier ist das Vernehmungsprotokoll, hält ihn für glaubhaft und untersucht die Landesstelle und findet tatsächlich, hier ist die Landesstelle, das ist der Garten und das ist das offizielle Foto von der Gendarmerie, von einer UFO-Landestelle in Südfrankreich. Hier ist ein Kreis zu erkennen, wo das Objekt gelandet sein soll. Die Gendarmerie hat dort Boden- und Pflanzenproben an der Stelle genommen und diese Sachen von nationalen Labors untersuchen lassen. Und es ergeben sich tatsächlich Anomalien. Das Ergebnis, auf den Erdboden ist ein sehr starker mechanischer Druck ausgeübt worden. Forscher schätzen die Masse des Objekts auf 500 bis 700 Kilogramm. Und Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die Bodenproben, die Pflanzenproben, die dort an der Stelle analysiert oder gesammelt und dann von einem nationalen staatlichen Institut für Agrarforschung analysiert wurden, dass die ebenfalls seltsame Anomalien aufweisen und zwar im Bereich der Photosynthese. Da fiel also der Prozess der Photosynthese in den untersuchten Pflanzen rapide ab und blieb selbst 40 Tage später noch unter den erwarteten Werten. Und der damalige Laborleiter kann sich das nur mit dem Einfluss von gepulster Mikrowellenstrahlung erklären. Und die Einschätzung ist hier natürlich von den Experten, es liegt hier ein Fall vor, in dem ein Objekt auf dem Boden aufgesetzt ist und tatsächlich physikalische Wechselwirkungen sowohl mit dem Boden als auch mit der Vegetation hinterlassen hat. Und das ist, wie gesagt, nur einer von den vielen Fällen von UFO-Landungen, die dokumentiert worden sind, aber dieser eben hier in einer staatlichen Untersuchung in unserem Nachbarland in Frankreich. Und damit dürfte jetzt also jedem dämmern, dass das ein äußerst ernsthaftes Phänomen ist, das natürlich auf dem Radar der Militär ist. Weltweit interessieren sich Militärs dafür, seit Jahrzehnten. Und das sage ich deshalb, weil man ja immer wieder hört, ja, die UFOs, die gibt es ja immer nur in Amerika und das gibt es ja nur in amerikanischen Filmen und so weiter und so fort. Und das ist Quatsch. Ich habe ja die letzten 15 Jahre damit verbracht, Akten zu sammeln und Augenzeugenberichte und Leute Zeugen zu interviewen, Militärzeugen und was weiß ich. Und zwar nicht nur aus Amerika, sondern eben auch in anderen Ländern. Ich kann ja auch ein paar andere Sprachen noch als Englisch. Und die Lage ist jetzt eben einfach so, dass in mindestens 28 Ländern weltweit, soweit wir wissen, dass Militär oder staatliche Stellen sich, soweit bekannt ist, für UFOs interessiert haben. Sie haben also tatsächlich eine unfassbar große Anzahl von UFO-Dokumenten erstellt, die inzwischen an die Öffentlichkeit freigegeben sind. Viele dieser Akten waren jahrzehntelang unter Verschluss und sind erst in den letzten paar Jahren veröffentlicht worden. In sechs Ländern existieren bis heute eigens gegründete staatliche Behörden zur Untersuchung des UFO-Phänomens. Und das sind Argentinien, Chile, Frankreich, Italien, Japan, Peru, Uruguay und die USA. Die muss man eigentlich noch mit dazu zählen. Also es sind mehr, denn in den USA gibt es ja jetzt dieses neue UFO-Forschungsprojekt des Militärs. Und man muss dazu sagen, dass in den USA ja die UFO-Forschung vorher geheim war. Das heißt, es gab also dort schon vorher ein geheimes Forschungsprojekt und Großbritannien auch. In Großbritannien gab es auch ein geheimes Forschungsprojekt, zu dem ich gleich noch ein bisschen mehr erzähle. Und auch die Mitglieder der Five Eyes, Geheimdienstallianz, also alle englischsprachigen Großbritannien, USA, Australien, Neuseeland und so weiter, die zählen hier auch alle dazu. Also wie man sieht, fällt die Verantwortung in den allermeisten Fällen in die Verantwortung des Militärs. Es gibt hier immerhin 13 europäische Staaten, von denen acht Mitglieder der NATO sind. Also es ist jetzt, wenn man diese Liste sich anguckt und wir haben auf unseren Webseiten exomagazin.tv und exopolitik.org zahlreiche Beispiele von solchen militärischen Zwischenfällen. Da müsste also jedem Mensch völlig klar werden, dass es also UFOs keine Spinnerei sind, sondern ganz im Gegenteil ein Thema, das Militärs auf der ganzen Welt mit großem Interesse betrachten. Und ich habe hier nur ein paar Beispiele, möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie die Länder sich damit beschäftigen. Das ist ein Screenshot von der Webseite des Staatlichen Forschungsinstituts für UFOs in Frankreich. Das heißt GEPON, Group d'études et informations sur les phénomènes aérospation non identifiées. Studien- und Informationsgruppe für nicht identifizierte Phänomene im Luftraum. Und die haben also die Aufgabe, diese Phänomene, die Fallakten, die Ihnen von der Gendarmerie oder von der Öffentlichkeit übermittelt werden, zu untersuchen. Und das ist jetzt hier mal die offizielle Statistik. Sie haben bislang 2978 Fälle veröffentlicht. Sie haben noch viel mehr in Ihrem Schrank, aber Sie haben noch nicht alles veröffentlicht, weil Sie erst 2007 damit angefangen haben, aber schon seit 1974 UFO-Forschung machen. Und von denen sind 23,5 Prozent perfekt identifizierbar. Das ist die Kategorie A. Das sind die Fälle, da wissen Sie einfach, das war es. Kategorie B sind die Phänomene, die mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert sind. 40 Prozent, das ist also die größte Gruppe davon. Das sind die Fälle, wenn jemand sagt, ich habe da ein Licht gesehen, das ist um die Uhrzeit nach da geflogen. Und dann gucken die in der Flugzeugdatenbank, was ist da lang geflogen. Und dann stellen sie fest, Flug AF sowieso aus Paris ist genau um die Uhrzeit genau dort gewesen, hat sich so bewegt. Also war es mit hoher Wahrscheinlichkeit das. Kategorie C sind die Phänomene, die nicht identifiziert werden konnten, weil sie nicht genügend Daten hatten. Also weil sie eben keine Flugzeugdatenbank zur Verfügung hatten. Das macht immerhin hier ein Drittel aus. Und es gibt hier 3,3 Prozent der Fälle, wo Sie sagen, das sind wirklich die echten, nicht identifizierten Phänomene nach der Untersuchung. Also das heißt, obwohl Sie alle Daten hatten, sonst wären Sie in der Kategorie C und Sie können es sich trotzdem nicht erklären. Und der Fall, den ich gerade vorgestellt habe mit der UFO-Landung, das ist eben einer dieser berühmten Fälle. Der Kategorie D. Und ich möchte noch anmerken, dass man mit den Prozentzahlen aber auch vorsichtig sein muss. Das ist wahrscheinlich, also es ist schon so, dass die interessanten UFO-Fälle wirklich ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz sind. Aber ich muss zu bedenken geben, dass das hier eine zivile Forschungsbehörde ist, die nur mit der Gendarmerie zusammenarbeitet und nicht mit dem französischen Militär. Und immer dann, wenn es wirklich interessant wird, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren bei der angeblichen Drohnen-Sichtungswelle über den französischen Atomkraftwerken, da übernimmt das Militär die Untersuchungen und Gepan bleibt außen vor und man fragt sich, wofür es die überhaupt gibt. In Italien, da sieht die Sache so aus, dass die auch seit 1978 beim Militär UFO-Forschung betreiben. Genauer gesagt beim Reparto Generale Sicurezza, bei der Abteilung Allgemeine Sicherheit der italienischen Luftwaffe. 1978 gab es nämlich dort eine krasse UFO-Sichtungswelle und darum haben die angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und im Gegensatz zu den Franzosen veröffentlichen die nur die Fälle, die sie untersuchen, also nur die Kategorie D-Fälle, nur die, wo sie wirklich sagen, das ist wirklich unidentifiziert. Deswegen sind es bei den Italienern viel weniger Fälle. Aber sie stellen Berichte über abgeschlossene Untersuchungen auf der Webseite zum Download bereit. Man konzentriert sich auf das, was wirklich unidentifiziert bleibt und man sieht hier, seit 2001 haben sich die meisten Fälle in der Lombardei ereignet, Campania und so weiter und so fort. Und das ist nur eines der europäischen Länder, in denen UFO-Forschung, also wirklich ganz offiziell auf der Webseite der Luftwaffe da dargestellt wird und so aufgeschlüsselt wird. Man kann sich da auch angucken, welche Formen beobachtet worden sind und so. Ganz interessant. In Großbritannien ist es so, dass seit Ende des Zweiten Weltkrieges das Verteidigungsministerium UFO-Sichtungsberichte der Öffentlichkeit entgegengenommen hat. Und es gibt natürlich umfangreiche Akten dazu, die seit Mitte 2007 oder Ende 2007 oder 2008 vom Nationalarchiv freigegeben worden sind. Das hier sind mal zwei Akten, die ich hier im Nationalarchiv bei London fotografiert habe. Hier Air Traffic Control, niedrig fliegende UFO steht hier. Viele dieser Akten sind relativ banal. Es handelt sich um Briefe aus der Öffentlichkeit, aber es gibt eben auch Polizeiberichte darin. Und es gibt insgesamt 223 UFO-Akten mit mehr als 50.000 Seiten. Berichte von Zivilisten, Militärs, Polizisten, Piloten seit den 50er Jahren. Die kann man sich also auf der Webseite des britischen Nationalarchivs und auch auf der Webseite des Verteidigungsministeriums runterladen. Und die Briten gehen also ziemlich transparent damit um. Jetzt ist es so, über die staatliche UFO-Forschung in Großbritannien war bislang nur bekannt, oder früher nur bekannt, dass eben Berichte aus der Öffentlichkeit, der Polizei und vom Militär dort eingehen, beim Verteidigungsministerium. Und dass die das auf Verteidigungsimplikationen untersuchen und dann abheften im Archiv. Und dass eine Kopie an den Militärgeheimdienst geht. Aber was der Militärgeheimdienst mit diesen Kopien anstellt, davon hat man lange Zeit nichts gewusst. Und dann hat sich allerdings im Mai 2006 rausgestellt, durch die Recherchen eines Historikers, Dr. David Clark und Gary Anthony, dass Großbritannien von 1997 bis 2000 unter der Leitung des Militärgeheimdienstes eine geheime UFO-Studie durchgeführt hat. Die hieß Project Condine. Dafür haben sie alle UAP-Sichtungen der letzten 30 Jahre in einer Datenbank erfasst, um zu gucken, ob sie Muster erkennen, was ihnen irgendwas darüber erzählt, was UAP sind. Und sie haben dafür natürlich vor allem Berichte von glaubwürdigen Zeugen einfließen lassen. Sie sind in dem Bericht übrigens zu dem Schluss gekommen, dass es irgendein Plasma-Phänomen sein könnte. Aber nebenbei erfahren wir in diesem Bericht auch, dass hier steht es in den früheren Sowjetrepubliken und in China koordinierte Anstrengungen stattgefunden hätten, um das UFO-Thema zu verstehen, verschiedene Flugzeuge seien zerstört worden und mindestens vier Piloten wurden getötet, als sie auf der Jagd nach UFOs waren. Das finde ich hochinteressant. Und sie reden hier auch von biologischen Effekten bei Menschen, die in die Nähe von solchen Phänomenen gekommen sind. Weitere Angaben gibt es dazu leider nicht. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Die Gründe für die Durchführung dieses geheimen Forschungsprojekts in Großbritannien waren nämlich Technologieerwerb. Es sollte herausgefunden werden, ob sich mit dem Phänomen irgendwelche wissenschaftlichen Fakten ableiten lassen, die für militärische Zwecke genutzt werden können. Und es ging natürlich um Antrieb, Tarnung und neue elektromagnetische Technologien, die von besonderem Interesse waren. Und das war schon vor 20 Jahren so in Großbritannien. Und in den USA ist es wenig überraschenderweise bis heute auch so. In den USA interessiert man sich für Technologie von UAPs. Ich möchte dazu diese Folie zeigen, die wiederum aus einem Vortrag von Luis Elizondo aus Rom stammt von 2018. Da hat er die zum ersten Mal gezeigt. Und was wir hier sehen, sind angebliche UFO-Trümmerteile oder Teile, denen die Leute bei der To the Stars Academy seltsame Eigenschaften oder anormale Sachen zuschreiben. Sie sagen, einige davon könnten durchaus irdischen Ursprungs sein. Wir untersuchen das, aber andere haben wirklich sehr außergewöhnliche Eigenschaften. Und wenn man natürlich in der Lage wäre, diese Eigenschaften rauszukriegen, was das ist und das nachzubauen, dann könnte man daraus eventuell revolutionäre technologische Fortschritte erzielen. Was ja auch der Grund ist, warum solche Artefakte für das Militär durchaus interessant wären. Es ist also genau die Art von Artefakt, von der die deutschen Soziologen Dr. Schätsche und Dr. Anton davon ausgehen, dass es für reichlich Zündstoff sorgen könnte und für Konflikte, die durchaus militärische Optionen mit einschließen könnten. Und ein Objekt, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit kurz richten möchte, ist das hier unten, das er auf der Folie hier gezeigt hat. Das handelt sich hier um ein Teil, das in der informierten UFO-Forscher-Szene schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Es wurde Arts Part genannt, weil es dem Radiomoderator Art Bell vor ein paar Jahrzehnten anonym per Post zugeschickt worden ist. von einem Mann, der behauptete, dass er beim Militär war. Und er behauptete, dass diese Probe bei einem UFO-Absturz geborgen wurde und hat sie eben per Post anonym eingeschickt. Und das bedeutet, die Herkunft ist äußerst fraglich. Man muss also diese Geschichte mit Vorsicht genießen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass dieser Metallsplitter hier ziemlich ungewöhnliche Eigenschaften aufweist, laut Aussage von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben. Dieses Objekt besteht aus mehreren Schichten von Bismut und Magnesium, die immer so angeordnet sind. Die Bismutschicht ist dünner als ein menschliches Haar, die Magnesium-Schicht etwa zehnmal so groß wie ein Haar. Und um herauszufinden, was es damit auf sich hat, hat ein Wissenschaftler von ATIP, Dr. Harold Puthoff, mit allen möglichen nationalen Labors sich in Verbindung gesetzt und mit Metallurgen gesprochen, um herauszufinden, ob sowas schon mal gemacht wurde, ob sowas schon mal hergestellt wurde. Und er hat nichts gefunden. Und man hätte außerdem versucht, das Material zu reproduzieren, aber es sei nicht gelungen, weil Bismut und Magnesium sich nicht verbinden ließen. Und sie haben außerdem gesagt, wir wissen nicht, wie man das herstellt und warum man sowas herstellen sollte. Und Jahrzehnte später, also erst vor relativ kurzer Zeit, hat man angefangen herauszufinden, dass es eben doch eine bestimmte Funktion erfüllt. Dr. Harold Puthoff sagt dazu, es stellt sich heraus, dass genau diese Kombination von Bismut und also diese Kombination von Materialien in genau diesen Größenordnungen einen ausgezeichneten mikroskopischen Wellenleiter für sehr hochfrequente elektromagnetische Strahlungsteraherzfrequenzen darstellt. Die Wellenlänge beträgt 60 Mikrometer, ziemlich klein. Und weil das durch diesen metamateriellen Aspekt des Materials können diese Bismutschichten, die als Wellenleiter fungieren, ein Zwanzigstel der Größe der Wellenlänge ausmachen. Normalerweise ist ein Wellenleiter eben immer so groß, wie die Welle, die sie leiten sollen. Aber hier ist es halt viel kleiner, wegen dieser Struktur, dieses Dings. Das berührt einen Forschungsbereich der Metamaterialien, den es erst seit 10, 15 Jahren überhaupt gibt, wo man versucht, mit einer geometrischen Oberfläche oder geometrischen Eigenschaften von Materialien bestimmte neue physikalische Erscheinungen oder Fähigkeiten zu entwickeln. Und das hier könnte ein Beispiel dafür sein. Also, er sagt, Dr. Puthoff sagt, es stellt sich heraus, dass dieses Material Subwellenlängenwellenleitereffekte ausbreiten kann. Aber man weiß immer noch nicht, warum so etwas gemacht wird. Er sagt übrigens auch, sie haben viele solche Sachen untersucht. Und immer wieder haben sie mitbekommen, sie haben am Anfang keine Ahnung, was das ist. Und dann erst, als sich der eigene Kenntnisstand weiterentwickelt hat, haben sie nach Jahren rausgekriegt, dass da eben doch eine Funktion dahinter steckt. Diese Abfolge sagt, er wiederholt sich in diesem Bereich immer wieder. Das finde ich interessant, denn das deutet darauf hin, dass in den informierten Kreisen, in den staatlichen Forschungsprojekten, die es in den USA und vielleicht auch anderswo geben mag, möglicherweise viele solche Proben untersucht worden sind, von denen man verschiedene Eigenschaften vermutet oder herausgefunden hat. Aber jetzt kommt es, das ist nicht alles nur Spekulation, dass das Militär sich dafür interessiert, sondern das US-Militär interessiert sich tatsächlich für solche Art von UFO, von angeblichen UFO-Trümmerteilen, auch wenn sie aus komischen Quellen stammen. Und das wissen wir aus einer Kooperationsvereinbarung zwischen der US-Armee und der To the Stars Academy vom Oktober 2019. Diese Vereinbarung über kooperative Forschung und Entwicklung zwischen der To the Stars Academy und dem US-Armee-Kommando zur Entwicklung von Kampffähigkeiten dient der Erschließung neuartiger und zukunftsweisender Technologien, wie es darin heißt. Es geht darum, dass die Technologien der To the Stars Academy besondere Fähigkeiten, besondere Potenziale hätten, die dafür geeignet wären, verschiedene Armeesysteme zu verbessern. Und es heißt in diesem Crader, wie es hier heißt, in dieser Vereinbarung zum Beispiel, der Mitarbeiter, also die To the Stars Academy, hat Zugang zu fortschrittlichen Materiallösungen. Die Regierung würde gerne diese Produkte analysieren, testen und charakterisieren. Und zwar in Regierungseinrichtungen, um die Fähigkeiten dieser Weiterentwicklungen mit bislang bekannten Sachen zu vergleichen und zu verstehen, welche Sachen nötig wären, um diese Fortschritte zu reproduzieren und ihre Anwendungen für Bodenfahrzeuge zu bestimmen. Und sie sagen, wenn, das ist also alles in diesem offiziellen Vertrag, den man sich im Internet runterladen kann, wenn die Regierung in der Lage ist, solche materiellen Lösungen, die vom Mitarbeiter behauptet werden, zu bestätigen, dann können signifikante Fortschritte erzielt werden bei den Fähigkeiten von Armeegrundfahrzeugen, was Sicherheit, Schutz der Truppen und Gewichtsreduktion angeht. Und sie sagen, und hier unten kommt jetzt wieder die Sache mit den Wellenleitern, die Regierung ist interessiert in eine Reihe von Technologien des Mitarbeiters, wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf Reduktion der Masseträgheit, also das, was wir vorhin erlebt haben, dass ein Objekt einfach so zisch weggeht und dabei entsteht eben, also die Masseträgheit ist davon natürlich betroffen, wie kann man das reduzieren? Mechanische, strukturelle Metamaterialien, elektromagnetische Metamaterialwellenleiter, da ist wieder das Ding von dem Splitter von vorhin, Quantenphysik, Quantenkommunikation und gerichtete Energieantriebstechnologie. Dieser Vertrag, der läuft noch bis 2023. Und bis dahin herrscht Stillschweigen darüber, was sie rauskriegen werden, über das, was sie da erforschen. Und die Frage ist auch, ob sie überhaupt etwas an die Öffentlichkeit geben werden. Also ich gehe davon aus, dass wir eigentlich nichts weiter davon mehr rauskriegen werden. Und ich bleibe da aber dran, denn es interessiert mich sehr, was die US-Regierung dann am Ende mit ihren Forschungslabors bei den UFO-Trümmer-Teilen rausgebracht hat. Und wenn wir jetzt von UFO-Trümmer-Teilen mit seltsamen technologischen Eigenschaften sprechen, dann muss man natürlich sagen, dann dämmert es ja jedem, dass da irgendjemand diese Technologie gebaut haben muss. Also sprich, es steckt eine Intelligenz dahinter. Das ist für alle klar, die sich ernsthaft mit diesem Phänomen erforschen, beschäftigen, die das ernsthaft erforschen. Und klar ist auch, dass einige der militärischen Zwischenfälle ganz deutlich auf eine Intelligenz hinweisen. Es gibt Dutzende interessanter Fälle, aber ich möchte Ihnen hier nur eine kleine Auswahl mal kurz demonstrieren, um Ihnen das zu zeigen. Sehen Sie diese interessanten Fälle, die passieren eben nicht nur in den USA, sondern sie sind auch im Iran passiert. Am 19. September 1976 kam es dort über der iranischen Hauptstadt zu einer wirklich interessanten Begebenheit, die wir nur erfahren haben, weil der US-Militärgeheimdienst einen Bericht darüber verfasst hat, der dann ein Jahr später durch das Informationsfreiheitsgesetz ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. In den frühen Jahren des Informationsfreiheitsgesetzes war das noch möglich. Inzwischen ist es leider nicht mehr so. Da ist das Informationsfreiheitsgesetz eher ausgehöhlt und ein zahnloser Tiger geworden. Aber damals konnte man wirklich noch sehr interessante Fälle rauskriegen. Und darum stammen viele solche Fälle eben aus, die jetzt bekannt sind aus dieser Zeit. In diesem Bericht des Militärgeheimdienstes geht es eben um ein unbekanntes Objekt, das über Irans Hauptstadt Teheran die Bevölkerung verängstigt hat. Es ist tief geflogen, das Militär wurde informiert und die haben auch selbst da etwas gesehen. Der damalige diensthabende General hat befohlen, dass ein F-4 Phantomjet losfliegt und das Ganze untersucht. Als der Pilot dieses ersten Flugzeugs sich dem Objekt nähert, fallen seine Bordinstrumente aus und er muss umkehren. Und ungefähr zehn Minuten später ist ein zweiter Jet gestartet, der von dem Piloten Pavis Jafari gesteuert wurde. Pavis Jafari ist hier auf diesem Foto zu sehen. Er ist dann übrigens als General aus dem Militär ausgestiegen, aber damals war er dann noch kein Militär. Er ist zehn Minuten später mit seinem zweiten F-4 Phantomjet gestartet. Er war Kommandant der Fliegerstaffel. Er hat sich dem Objekt genähert. Er hat gesehen, dass das Objekt sehr hell in Rot, Grün, Orange und Hellblau aufgeblitzt hat. Und diese Lichter waren so hell, dass er nichts Festes erkennen konnte. Es hat so schnell aufgeblinkt, dass er alles gleichzeitig sah wie so ein Stroboskopblitz. Muss man sich das vorstellen. Sie haben das Radar aufgeschaltet und auf dem Radar hatte das Objekt etwa die Größe einer Boeing 707, also ziemlich groß. Und da sah man, dass sich vier weitere Objekte mit unterschiedlichen Formen von diesem großen Lichthauptobjekt abgetrennt haben. Und zwar mehrere Male während dieser Nahbegegnung. Immer wenn diese Objekte in seine Nähe kamen, fielen seine Waffensysteme aus von diesem Flugzeug und er musste sich wieder entfernen. Eins der Objekte ist auf ihn zugekommen. Er dachte, es sei eine Rakete und hat versucht, eine hitzesuchende Rakete darauf abzufeuern, um das abzulenken. Aber dann ist seine Raketenanzeige ausgefallen. Ein weiteres Objekt ist ihm beim Senkflug auf den Weg zurück gefolgt. Und eines der abgetrennten Objekte landete dann auf dem Boden und hat dort so ein helles Licht abgestrahlt, dass man den Sand am Boden erkennen konnte. Es sind auch andere Flugzeuge betroffen worden von den physikalischen Wechselwirkungen zwischen dem Objekt und der Bordtechnologie. Es gab später eine Vernehmung zwischen diesem Piloten und einer Nachbesprechung, wo auch ein amerikanischer Oberstleutnant mit dabei war, der sich Notizen gemacht hat. Und später wurde dann eben dieses geheime Dokument hier veröffentlicht, das bis ins Weiße Haus übrigens geschickt wurde. 1976, also zu einem Zeitpunkt, wo die USA offiziell gar kein Interesse hatten an UFOs und sich überhaupt nicht für UFOs interessiert haben, weil sie behauptet haben, seit 1969, dass es noch nie einen Fall von nationaler Bedrohung der nationalen Sicherheit gegeben hätte oder irgendwas. Dieses Dokument hier zeigt das Gegenteil. Und interessanterweise hat der Nachrichten der Militärgeheimdienst auch eingeschätzt, die Einschätzung des DIA lautet, ich zitiere, dieser Fall ist ein Klassiker, der alle Bedingungen für eine legitime Untersuchung von UFOs erfüllt. Und interessant an diesem Memo sind also natürlich verschiedene Sachverhalte. Also erst mal die Information selbst, dass das UAP sowohl visuell vom Boden als auch durch mehrere Radars, als auch durch den Augenzeugen erfasst wurde, überlegene Flugmanöver gezeigt hat, die Ausweichmanöver dieses Objektes, dass es eine Kugel auf den Jet losgeschickt hat, was eindeutig auf Intelligenz hinweist. Und die Störung der Bordelektronik, die auf physikalische Wechselwirkungen, aber eben auch auf gerichtete physikalische Wechselwirkungen oder Störmanöver hindeutet. Und das ist natürlich hoch besorgniserregend für die Militärs gewesen damals. In Brasilien hat sich im Mai 1986 ebenfalls ein sehr interessanter Zwischenfall abgespielt, bei dem das Militär wirklich ins Schwitzen gekommen ist und der auf Intelligenz hinweist. Am 19. Mai 1986 werden etwa 20 UFOs von militärischen und zivilen Radars im brasilianischen Luftraum erfasst. Drei Stunden lang schweben diese Objekte über den großen Metropolen Goiás, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Die Augenzeugen beobachten diese Objekte und beschreiben sie als kugelförmige, bunte Lichter. Die Luftwaffe von Brasilien schickt mindestens vier Abfangjäger von verschiedenen Stützpunkten los, um diese Dinger abzufangen. Aber immer wieder bricht der visuelle und der Radarkontakt zu den Objekten ab. Einmal schafft es ein Kampfjet in fünf Meilen Reichweite von den Objekten zu kommen und als er das Ziel in seinem Waffensystem erfasst hat, geht das Objekt plötzlich binnen Sekunden auf mehrere Dutzend Meilen Abstand zu dem Flugzeug und es gibt andere Kampfjets, die diesen Dingern hinterher geflogen sind und dann wurden sie sozusagen von den Jägern zu den Gejagten und zu den Begleiteten. Die Objekte sind denen dann hinterher geflogen und so weiter und so fort. Also die Presse hat natürlich groß darüber berichtet, ein Fall, der offensichtlicher eigentlich nicht sein könnte und den in Brasilien niemand jemals vergessen hat. Aber in Deutschland gerät sowas eben sehr schnell in Vergessenheit, wenn es hier überhaupt jemals bekannt geworden ist. Wie gesagt, die Presse hat sehr groß darüber berichtet und der Luftwaffenminister, der Luftfahrtminister, Brigadier Morera Lima, musste zwei Tage später am 21. Mai bei einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gehen und berichten, dass das Land eben von unidentifizierten Flugobjekten besucht worden sei. Und er hat außerdem die Piloten vorgestellt, die dort selbst auf dieser Pressekonferenz von ihrem Einsatz berichtet haben. Und seitdem heißt dieser Vorfall die offizielle Annoichi Oficial dos OVNIs, die offizielle UFO-Nacht in Brasilien. Die Regierung hat damals 1986 versprochen, eine Untersuchung einzuleiten und die Ergebnisse wenig später zu veröffentlichen. Dazu ist es lange Zeit nicht gekommen. Erst im September 2009 ist dieser Abschlussbericht der Luftwaffe an die Öffentlichkeit gekommen. Der wurde bis dahin geheim gehalten. Denn die Brasilianer haben auch ein Informationsfreiheitsgesetz. Und hier ist dieser vertrauliche Militärbericht, der wie gesagt nie für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt gewesen war, konfidenziell steht hier und erst 2009 veröffentlicht wurde. Er ist vom Luftwaffenbrigadier José Pessoa Calvacanti de Albuquerque geschrieben. Und sie sagen hier, die Erscheinungen erzeugen Radarechos nicht nur in den Systemen der Luftverteidigung, sondern auch auf den Bordradars der Abfangjäger wurden zeitgleich visuell von Piloten bestätigt. Sie haben ihre Geschwindigkeit von Unterschall auf Überschallgeschwindigkeit geändert, konnten schweben, plötzlich beschleunigen und abbremsen. Also das, was wir schon gehört haben aus Amerika. Aber jetzt sagen sie hier auch, als Schluss aufgrund der bei fast allen Erscheinungen beobachteten Fakten ist das Kommando zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es sich um solide Phänomene handelt, die eine gewisse Form von Intelligenz aufweisen, weil sie in der Lage waren, die Beobachter, also die Kampfjets zu begleiten und Distanz zu ihnen zu wahren und auch in Formation zu fliegen und sie müssen nicht unbedingt bemannt gewesen sein. Also hier sehen wir schwarz auf weiß, dass das Militär von Brasilien davon ausgegangen ist, dass diese völlig unbekannten Flugobjekte mit uns überlegenen Flugeigenschaften irgendeine Art von Intelligenz aufwiesen und das brasilianische Militär ist mit dieser Einschätzung nicht allein, sondern auch Militärs aus anderen Ländern sind zu dieser Schlussfolgerung gelangt, über die echten interessanten UIP-Fälle. Zum Beispiel hier in dieser Veröffentlichung aus dem Umfeld des französischen Verteidigungsministeriums, es handelt sich um eine dreijährige Militärstudie, die von hochrangigen französischen Offiziellen veröffentlicht worden ist. Das Vorwort stammt von General Bernard Norlin, dem früheren Direktor des Nationalen Instituts für die nationale Verteidigung und es trägt den Titel der sogenannte Cometa-Report UFOs und die Verteidigung, worauf müssen wir uns vorbereiten? Also sie betrachten das UFO-Phänomen unter dem Verteidigungsgesichtspunkt und auf Grundlage der Fakten, die sie gesammelt haben im Laufe der Jahrzehnte und haben diese UFO-Sichtungen eben analysiert und hier ihre Schlussfolgerungen. Sie sagen, diese Objekte zeigen die physikalische Realität von, die fast sichere physikalische Realität von fliegenden Objekten, die total unbekannt sind, mit Flug- und Geräuscheigenschaften, die erstaunlich sind und die offenbar apparemment mu par des intelligences, da haben wir wieder dieses Wort intelligence, die offenbar von Intelligenzen bewegt oder gesteuert werden. Diese Objekte, diese Flugobjekte sind sehr eindrucksvoll wegen ihrer Flugmanöver für Piloten, sowohl zivile als auch militärische, die nur zögerlich darüber sprechen. Die Befürchtung, dass sie lächerlich oder leichtgläubig erscheinen, ist der Hauptgrund für ihre Zurückhaltung. Geheime irdische Fluggeräte scheiden aus, können nur eine kleine Anzahl der Fälle erklären, denn wenn man weit genug in der Zeit zurückgeht, dann sieht man ganz klar, dass diese Erklärung nicht ausreichend ist. Sie sagen hier, eine einzige Hypothese trägt den Fakten ausreichend Rechnung und beruft sich im Wesentlichen auf die Wissenschaft von heute. Es ist jene der außerirdischen Besucher. Sie favorisieren hier die Erklärung der außerirdischen Besucher für diese Intelligenz, die diese fortschrittlichen Fluggeräte steuern. Sie sagen außerdem, es ist natürlich so, dass die Ziele dieser eventuellen Besucher völlig unbekannt sind, aber dass sie zum Gegenstand von unverzichtbaren Spekulationen und Entwicklungen von Zukunftsszenarien gemacht werden müssen. Also es muss, Sie fordern da drin, es muss dringend darüber geredet werden, was es damit auf sich hat und man kann sich diesen Bericht übrigens auch in voller Länge runterladen von der Webseite der französischen staatlichen UFO-Forschungsbehörde GEPON. So, nicht nur in Frankreich und in Brasilien und in Iran sind solche Fälle bekannt geworden, sondern selbstverständlich auch in den USA. Ich habe, wie ich ja erwähnt habe, Ende 2018 Luis Elizondo persönlich kennengelernt, zum ersten Mal, wir haben seitdem mehrere Male gesprochen und er war damals sehr zurückhaltend und ich habe versucht, ihm rauszukitzeln, ob er mir etwas dazu sagen kann und habe das wie folgt probiert. Schauen wir mal rein. Wenn du über highly advanced engineered Materials ausgleichen, eine intelligence behind all diese Phänomener ist. Du, der former Head der AATIP Projekt, du consider die more interesting UAP cases to be driven by some kind of intelligence of whatever origin, yes oder no? Und if yes, you must have thought about its motivations. What did you assess in its behavior patterns? Is there anything that gives you a hint as to what it is doing here? Repetitive patterns, activities, or anything? My colleagues and I during the time of AATIP were very confident that these are certainly intelligently controlled. Now whether that means there's something inside it or it's something remote controlled like a UAV, both are still options. As far as patterns are concerned, yes, there are absolute patterns that exist. At this point I'm only prepared to vaguely refer to perhaps the potential of nuclear and water and not necessarily having to be related nuclear and water but there are some patterns there and I'm not prepared to go into any more detail than that at this point but there are some congruencies. Aizul, The frühere Leiter des geheimen Forschungsprojekts in Pentagon Luis Elizondo bestätigt, sie waren ganz klar der Meinung, dass dieses Objekt Intelligenz aufweist und da komme ich ganz kurz zu dem USS Nimitz Fall zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, woher wusste das UAP, dass sich wo dieser Cappoint befindet? Warum ist es dorthin ausgerechnet dorthin geflogen, wo die Piloten hinfliegen sollten? Es kann sich ja nur dorthin begeben haben, wenn es wusste, dass dort der Ort ist, dieser Cappoint. Und das weist natürlich auf Intelligenz hin. Diese Information muss irgendwie wahrscheinlich über hochverschlüsselte militärische Kanäle an die Piloten weitergegeben worden sein. Oder er stand vorher fest, aber in jedem Falle und auch wenn die sich auf dem Flugzeugträger mit einem großen Schild hingestellt also ist ganz klar zwingend dass es ein Ausdruck eines intelligenten Verhaltens ist. Aber nicht nur das. hat in diesem und das war vor fünf Jahren er hat sich inzwischen viel klarer dazu geäußert. Aber er hat hier auf einen anderen wichtigen Aspekt des UAP Phänomens hingewiesen, über den ich jetzt sprechen möchte. Nämlich eine Sache, die sich wie ein roter Faden durch was immer es ist, es interessiert sich für Atomanlagen. Es ist, wir wissen nicht, ob es ein strategisches Interesse von UAPs ist oder was für ein Interesse es ist, aber es ist ganz klar so, dass diese Dinger viel zu häufig in der Nähe von sensiblen militärischen und zivilen Atomanlagen gesehen werden und dort auch teilweise krasse Sachen machen. Nicht die Ersten, aber einige von denen, die das vor gestellt haben, sind die Franzosen. Frankreich ist ja übrigens eine große Atommacht, die haben ja, ich weiß nicht, wie viele Atomkraftwerke, 60 Stück oder so was und haben auch seit vielen Jahrzehnten eine staatliche offizielle UFO-Forschungsdatenbank und können aufgrund dieser Datengrundlage halt statistische Untersuchungen machen und das haben die hier auch gemacht im Jahr 2015 in dieser räumlichen Punkt-Rasteranalyse von UAPs in Frankreich und da stellen sie fest, die Verbindung zwischen Atomanaktivitäten und UAPs der Kategorie D, also die wirklich unidentifiziert sind, der schon lange vermutet und in Betracht gezogen wurde, wird nun zum ersten Mal gemessen und erscheint erstaunlich hoch. Also sie haben tatsächlich statistisch signifikante Häufungen von UFO-Sichtungen in der Nähe von Atomanlagen gesehen, aber nicht nur in der Nähe von Atomanlagen, sondern auch in der Nähe von verseuchten Gebieten und ja, das sind die Franzosen. Man muss auch sagen, dass informierte UAP-Forscher weltweit sich eigentlich einig sind, dass das moderne Phänomen, UFO- oder UAP-Phänomen etwa zeitgleich aufgetaucht ist zu den ersten Versuchen mit Atombomben, zeitgleich zur Entwicklung der Atomenergie. Immer wieder sind diese Dinger über den geheimen Atomanlagen aufgetaucht und das ist dem Geheimdienst zum ersten Mal während des Manhattan-Projekts aufgefallen. Das Manhattan-Projekt, wie Sie ja sicher wissen, war ein militärisches geheimes, ultrageheimes Forschungsprojekt, in dem ab 1942 die Amerikaner versucht haben, eine Atombombe nachzubauen, unter Leitung des Physikers Robert Oppenheimer und in den USA lief also dieses geheime, dieses streng geheime Manhattan-Projekt und in Zusammenarbeit von allen möglichen militärischen Forschungs- und zivilen Forschungseinrichtungen, zum Beispiel das Alamos National Laboratory in New Mexico oder das Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, solche hochsensiblen streng geheimen Forschungsanlagen sind in der Frühzeit immer wieder überflogen worden, immer wieder besucht worden von diesen seltsamen Flugobjekten, die man sich nicht erklären konnte. Und das sind nur zwei der vielen Einrichtungen, die besucht worden sind und da hat das US-Militär sich natürlich große Sorgen gemacht. Wer ist das eigentlich und was wollen die hier? Und es gibt auch einige Geheimdienstberichte aus eben dieser Zeit und von früher. Hier sehen wir zum Beispiel ein Schreiben eines CIA-Mitarbeiters über Sichtungen bei Atomanlagen von 1952. Da heißt es hier, UFO-Sichtungen wurden bei Los Alamos und Oak Ridge gemacht, als die Hintergrundstrahlung dort unerklärlicherweise angestiegen war. Langsam gehen uns selbst fernliegende Erklärungen aus, die haltbar wären und wir haben zahlreiche unglaubliche Berichte von glaubhaften Beobachtern bekommen. Und wir sehen hier ein Briefing der US-Luftwaffe für die CIA zu UFO-Sichtungen in der Nähe von Atomanlagen und da sagen, sie haben also damals schon 1952 eine Studie gemacht über die geografische Verteilung von Sichtungen fliegender Untertassen, wie sie damals hießen, die Flying Saucers, bevor das dann verallgemeinert wurde in UFOs, unidentifizierte fliegende Objekte. Und sie haben festgestellt, dass die eben häufiger in der Nähe von Atomenergieanlagen beobachtet werden. Sie erklären sich das dadurch, dass eben das Personal auf solchen Anlagen ein höheres Sicherheitsbewusstsein hätte. Aber das kann nicht alles sein. Denn es gibt auch Zwischenfälle, bei denen UAPs sich nicht nur dort gezeigt haben, sondern offenbar auch wirklich direkt eingegriffen haben, einen feststellbaren Einfluss auf die dort vorhandene Atomtechnologie hinterlassen haben. Einer dieser Vorfälle, es ist wohl einer der bekannteren Betrug, hat sich zugetragen im Jahr 1967 in Montana in der Nähe der Malmstrom Air Force Base hier oben ein UFO, das angeblich Atomraketen deaktiviert hat. Man muss jetzt dazu sagen, dass in den USA, das war ja zu Hochzeiten des Kalten Krieges, Westen gegen Osten, USA gegen Sowjetunion, dass die USA hier entlang der kanadischen Grenze eine ganze Reihe von solchen unterirdischen Atomwaffensilos aufgebaut hatten. Und diese Atomraketen, die sollten dann im Ernstfall gestartet werden, falls die Sowjetunion beschließen sollte, über den Nordpol, vom Nordpol her kommend Atombomben nach Amerika zu schießen. Darum gab es also hier diese Raketenstellungen mit interkontinentalen ballistischen Atomraketen, die sich in einem unterirdischen Silo befanden. Und ich habe über diesen Vorfall gesprochen von 1967 mit dem Raketen Startoffizier, der damals im unterirdischen Bunker saß, und mit ansehen musste, wie seine zehn Atomraketen, für die er zuständig war, also er sollte im Ernstfall auf den Knopf drücken, wenn er den Anruf erhält, wie die alle auf einmal ausfallen, während ein UFO darüber schwebt. bitteschön. Es begann, als ich Dienst hatte. Wir hatten die Kontrolle über die Raketen. Dabei saß ich in einer Untergrund Basis, ungefähr 20 Meter unter der Erdoberfläche. Wir hatten die Aufsicht über zehn Langstrecken Raketen, in diesem Fall die Minuteman 1 Rakete. Ich hatte Dienst und an einem frühen Morgen des 24. März 1967 erhielt ich einen Anruf von dem Wachmann an der Oberfläche. Er berichtete mir, dass dort seltsame Lichter am Himmel hin und her schossen, die plötzlich stoppten, wieder umkehrten und dabei keinerlei Geräusche verursachten. Er wollte mir davon berichten und sagte, sie haben das beobachtet. Ich wusste nicht, was ich davon zu halten hatte und ich sagte, na gut, und habe wieder aufgehängt. Aber ich hielt es schon für merkwürdig, denn das waren sehr professionelle Menschen. Die haben immer genaue Berichte abgeliefert. Das ist ja ein sehr ernsthaftes Geschäft, Atomwaffen. Fünf Minuten später rief er zurück. Diesmal schrie er ins Telefon. Er sagte, alle Wachmänner hier sind mit den Waffen draußen. Wir sehen ein glühendes rotes Objekt, das über dem vorderen Tor schwebt. Das Tor war circa 25 Meter entfernt und das Objekt schwebte darüber und hatte ein pulsierendes rotes Licht. Er wollte von mir Anweisungen, wie er nun zu verfahren hätte. Ich sagte zu ihm, achten Sie darauf, dass es nicht innerhalb der Absperrung gerät. Ich dachte, es handelt sich vielleicht um einen Angriff. Dann sagte er, einer der Wachmänner habe sich verletzt und legte wieder auf. Ich ging zu meinem Kommandanten, um ihn darüber zu unterrichten. Fred Maywald hieß er damals. Und plötzlich gingen alle Raketen aus. Die grünen Lichter wurden rot. Das bedeutete, dass die Raketen deaktiviert wurden. Das war der sogenannte No-Go Zustand. Gibt es Beweise dafür, dass es eine technische Verbindung gab zwischen dem Objekt, das über den Atomraketen gesehen wurde und der Technik? Ich zeige dazu in meiner Präsentation eine Aussage, die besagt, dass das ein sehr unwahrscheinlicher Vorfall war, denn die einzelnen Logik-Koppler, so werden die genannt, mussten einzeln angesteuert werden. Sie sind ja nicht alle miteinander verbunden und in Serie geschaltet, sodass man alle verlieren würde, wenn einer betroffen ist, sondern es waren ganz individuelle Verbindungen. Ja klar, weil diese Antomanlagen, diese unterirdischen Silos sind natürlich so angelegt worden, dass sie im Falle eines atomaren Angriffs durch die Sowjetunion in der Lage gewesen wären, ein paar Raketen zu starten. Also wenn jetzt eine ausfällt, dass die anderen noch einsatzbereit sind, da haben die sich große Mühe gegeben, dass elektromagnetische Impulse da abgeschirmt werden und keinen Einfluss haben auf die Technologie und trotzdem hatten sie eben Einfluss auf diese Raketen und das geht auch aus diesem Schreiben hervor, dass Robert Sellers, also er hat den Vorfall natürlich geheim halten müssen, aber als er aus dem Dienst ausgeschieden ist und dann pensioniert war, hat er Informationsfreiheitsgesetz Anfragen gestellt über solche Zwischenfälle und hat dann dieses Dokument hier bekommen, das den Vorfall beschreibt. Hier steht es, ein Vorfall, bei dem Atomraketen ausgefallen sind, hier steht es, alle zehn Raketen bei Echo Flight in Malmstrom verloren den strategischen Alarmbereitschaft innerhalb von zehn Sekunden voneinander und wann das erschien, wann das passiert ist und daraufhin hat er sich gesagt, wenn die das Dokument rausgeben, dann kann ich ja jetzt auch darüber sprechen, also hat er das Buch geschrieben und hat angefangen darüber Interviews zu geben und in diesem Dokument heißt es hier ganz klar schwarz auf diesem Hauptquartier Anlass zu großer Sorge und das sollte es auch wenn zu Hochzeiten des Kalten Krieges die letzte Verteidigungslinie vor den Sowjets einfach mal so ausfällt, weil da ein Objekt über den Dingern schwebt. Später hat Robert Sellers das ist nicht nur ein anekdotischer Bericht, sondern er hat Regierungsdokumente. Später hat er noch seinen anderen, seinen Chef Fred Maywald, den er hier erwähnt hat, der damals dabei war, kontaktiert und er hat gesagt, wir waren aber gar nicht bei Echo Flight, wie es hier in diesem Dokument heißt, sondern wir waren bei Oscar Flight, wir waren an einer anderen Raketenstellung und unser Vorfall war auch nicht an dem Tag, sondern eine Woche davor oder danach. Das heißt, jetzt wissen wir, dass es nicht nur zehn Atomraketen gab, die deaktiviert worden sind, durch ein unidentifiziertes Objekt, was darüber geschwebt ist, sondern binnen einer Woche sogar 20 und diese beiden Standorte waren wie gesagt in unmittelbarer Nähe und solche Sachen haben sich entlang dieser gesamten Nord Frontier, dieser Abwehrstellung der Atomraketen dort ständig abgespielt. Es gibt einen sehr, sehr wichtigen Forscher, der genau ein Buch geschrieben hat zu dieser Thematik und da hat er Jahrzehnte recherchiert, dass es dieser Mann Robert Hastings, ich halte ihn für den wichtigsten UFO-Forscher weltweit, was die ganze UFO-Atom-Connection angeht und möchte an der Stelle auch dringend dieses Buch empfehlen, es gibt es auch auf Deutsch im Kopfverlag, wenn auch nur leider in einer abgespeckten Version, aber er hat unzählige Augenzeugenberichte und Dokumente gesammelt, die also wirklich ganz klar machen, da ist mehr dran, als uns lieb ist und interessanterweise spielt es sowohl der Fall, also der Fall Malmstrom Air Force Base spielte bei der Anhörung vor dem US-Kongress eine Rolle und dieses Buch haben die sich damals auch bei ATIP im Pentagon besorgt und haben damit ihre eigenen Untersuchungsergebnisse komplettiert, also es ist ein wirklich, wirklich gutes, wichtiges Werk dazu und er hat auch noch einen Film darüber gemacht und er hat, aus dem ich gleich einen Ausschnitt zeige, und er hat auch eine Pressekonferenz organisiert im September 2010, bei der einige der vielen Militärzeugen, die er gesammelt hat, Aussagen mit eidesstattlichen Versicherungen mit Dokumenten und so weiter und so fort und ich möchte das dringend also jedem ans Herz legen, sich das anzugucken, die komplette Pressekonferenz gibt es mit deutschen Untertiteln, also kostenfrei auf exopolitik.org unter diesem Link zu sehen und wir haben darüber hinaus auf exomagazin.tv immer wieder darüber berichtet, in Interviews mit Robert Hastings und in anderen vielen, vielen Beiträgen. Ein Zwischenfall, ein atomarer Zwischenfall mit UAPs, der spielte auf dieser Pressekonferenz keine Rolle, aber ich möchte ihn auf jeden Fall zeigen, weil er schön demonstriert, wie ernsthaft dieses Phänomen tatsächlich zuweilen in das militärische Geschehen auf der Erde eingreift. Und es handelt sich dabei wieder um einen Zwischenfall mit einer Atomrakete, bei dem etwas ganz Seltsames passiert ist. Gucken wir uns das mal an. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film UFOs and Nukes, The Secret Link Revealed von Robert Hastings, den ich verwenden darf. Bitte schön. Hinter den Kulissen begannen UFOs unterdessen, sich auf Testgeländen für Raketen zu zeigen, vor allem bei den Starts, bei denen die Leistung und Zuverlässigkeit amerikanischer Interkontinentalraketen und deren tödlichen Sprengköpfen getestet werden sollten. Gelegentlich belies es die Besatzung der UFOs nicht beim zuschauen. Zwar ist das genaue Datum nicht bekannt, doch im Herbst 1964 kam es zu einem Zwischenfall am Vandenberg Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien, der inzwischen zum bestbekannten und erstaunlichsten Beispiel für UFO-Eingriffe in Atomwaffensysteme zählt. Noch immer ist der Fall als streng geheim eingestuft, doch ein ehemaliger Luftwaffenoffizier Dr. Robert Jacobs hat ihn öffentlich gemacht. Zu jener Zeit diente Lieutenant Jacobs bei der 1369. fotografischen Staffel und war für die Geräteausstattung zuständig. Seine Aufgabe war es, Raketenstarts von einem fernen Berggipfel an der kalifornischen Big Sur-Küste aus mit einem Hochleistungsteleskop zu filmen. Die aufsteigenden Raketen füllten anfangs immer das gesamte Bild, wodurch Triebwerksleistung, Stufentrennung und andere Einzelheiten des jeweiligen Staates genau beobachtet werden konnten, während die Raketen über den Pazifik rasten. Nach einem solchen Testlauf wurde Lieutenant Jacobs einmal unerwartet ins Büro von Major Florence Mansman gebeten, einem Fachmann für Fotoanalyse, der für den Hauptwissenschaftler der ersten strategischen Luftfahrtsdivision in Vandenberg tätig war. Bei seiner Ankunft bemerkte er zwei mysteriöse Männer in grauen Anzügen, die sich später als CIA-Offiziere herausstellten. Man hatte einen Filmprojektor aufgestellt und ohne weitere Erklärung schaltete Major Mansman ihn ein und forderte Jacobs auf, sehen Sie sich das an. Jacobs, der später als Universitätsprofessor arbeitete, beschreibt, was dann geschah. Auf der Leinwand war der Film, den wir geschossen hatten. Die Raketenspitze öffnete sich, die Düppel flogen heraus und das sah man als scheinbare Lichtreflexe, die sich bewegten. Und dann konnte man den Sprengkopf fliegen sehen. Und mit etwa 10.000 bis 13.000 Stundenkilometern war er am Rand des Alls unterwegs. Und plötzlich kam ein Objekt ins Bild geflogen, das den Düppeln und dem Sprengkopf im selben Tempo hinterher jagte. Und in der polaren Umlaufbahn feuerte es einen Lichtstrahl auf den Sprengkopf ab. Der Lichtstrahl schlug ein. Dann flog das Objekt hoch, schoss noch einen Lichtstrahl auf die Sprengkopfattrappe, flog rüber, schoss wieder, flog dann nach unten, schoss noch einen Strahl ab und verschwand dann in dieselbe Richtung, aus der es gekommen war. Und der Sprengkopf fiel aus dem Bild. Die Lichter gingen wieder an und Major Mansman sagte zu mir, habt ihr Kerle da irgendwie dran rum gemacht? Und ich sagte, nein, Sir. Und er sagte, was war das? Und ich sagte, sieht aus wie ein UFO. Darauf sagte er, Lieutenant Jacobs, Sie werden nie mehr darüber sprechen, es hat nie stattgefunden. Jahrzehnte später, als Dr. Mansman an der Stanford University als Forscher tätig war, informierte er Dr. Jacobs, dass die beiden CIA-Offiziere, nachdem er den Raum verlassen hatte, schnell den Film konfiszierten und Mansman erklärten, dass dieser streng geheim sei. Genau. Das verschwindet dann eben in der Schublade. Es gibt zu diesem Vorfall eben keine militärischen Dokumente, die freigegeben worden sind, denn top secret Sachen werden nicht freigegeben. Aber es gibt diese äußerst glaubwürdigen Zeugen, nicht nur diesen Dr. Jacobs, den ich übrigens auch selbst interviewt habe. Und wer sich das dafür interessiert, in großem Detail, kann man sich auf exomagazin.tv angucken. Mein Interview mit Robert Jacobs. Es gibt ja auch noch die Bestätigung von Florence Mansman, wie wir hier gehört haben. Und es ist völlig klar, dass natürlich das Militär kein Interesse daran hat, dass solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Denn also hier haben wir jetzt wirklich einen krassen Zwischenfall, bei dem es nicht nur eine Präsenz von UAP in der Nähe von militärischen Übungsgeschehen oder Militär gab, sondern wirklich also einen krassen Eingriff. Und ich möchte erwähnen, dass das nicht der Einzige ist. Es gibt übrigens auch aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen Geheimdienstdokumente, die Vorfälle beschreiben, bei denen UAPs über Atomraketen geschwebt sind und dort noch ganz andere Sachen gemacht haben als in Deutschland. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, auf exomagazin.tv gibt es dazu mehr Informationen. Das muss man jetzt erst mal sacken lassen. Also wenn wir das jetzt mal zusammenfassend betrachten möchten, müssen wir ja feststellen, also UFOs oder UAPs sind real. Sie sind uns technologisch offenbar weit überlegen, weshalb auch das Militär sich weltweit für diese Sache interessiert und zwar seit Jahrzehnten und die Sache unter Verschluss hält. Und es steckt ohne Zweifel irgendeine Intelligenz dahinter. Was für eine wissen wir nicht? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob es Außerirdische sind oder was auch immer. Und sie haben ein scheinbares Interesse an unserer irdischen Atomtechnik. Und das bedeutet natürlich, dass wir langsam anfangen müssen, dieses Thema sachlich und frei von Stigmatisierung zu besprechen. Also wenn man sich den Eindruck vermitteln will, wie das in Deutschland ist zum Beispiel mit der Stigmatisierung, da braucht es sich mal nur mal anzugucken, wie die deutsche Bundesregierung in der Bundespressekonferenz darauf reagiert, wenn man sie auf UFO-Akten anspricht. Das habe ich getan. Mein Kollege Dirk Pullmann hat es auch getan. Hahaha, hi, hi, ho, 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 wissen wir nichts. Das muss vorbei sein, denn wir haben es hier mit wichtigeren Sachen zu tun. Wir müssen wirklich eine breite informierte Meinung, öffentliche Debatte dazu führen. Und wir brauchen Wissenschaftler. Und es gibt jetzt auch wirklich in Deutschland neuerdings Wissenschaftler, die sich dafür interessieren. Allen voran Professor Hakan Kajal von der Universitäts Würzburg. Er hat das interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik an dieser Universität gegründet. Ich habe mit ihm über seine Forschungsarbeit gesprochen. Er hat unter anderem ein automatisches Himmelsüberwachungssystem auf dem Dach der Uni aufgestellt. Und das erfasst automatische Objekte und untersucht diese Aufnahmen dann mit künstlicher Intelligenz. Und natürlich interessiert er sich auch für außerirdische Intelligenz. Ein ganz ähnliches Projekt, aber etwas größer ist das Galileo-Projekt von Professor Avi Lob aus der Harvard University in Amerika, mit dem ich auch gesprochen habe, der inzwischen eine Gruppe von über 100 Wissenschaftlern und Experten weltweit versammelt hat, um dieses Thema ganz öffentlich mit Primärinformationen, mit eigener Forschung anzugehen. Weil er sagt, das ist eine wichtige Sache, das hat die Wissenschaft viel zu lange ignoriert und wir können uns das nicht mehr leisten. Er sagt, bloß weil wir nicht aus dem Fenster schauen und das zur Kenntnis nehmen, heißt es nicht, dass es dadurch weggeht. Wir müssen uns das anschauen. Und was beiden natürlich gemein ist, ist, dass sie leider noch viel zu wenig Geld dafür zur Verfügung haben. Vor allem Professor Kajal. Er hat übrigens auch einen Spendenbutton auf seiner Website veröffentlicht. Also ich möchte an der Stelle auch wirklich darum werben, dass er finanziell unterstützt wird. Er musste bis jetzt alles von den Mitteln seines Institutes begleichen. Aber die machen fantastische Arbeit und ich kann Ihnen versichern, dass diese beiden und andere Wissenschaftler, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen und die aber nicht so öffentlich an die Öffentlichkeit gehen wie die beiden, dass die sich absolut darüber im Klaren sind, dass wir hier jetzt mit einer Intelligenz zu tun haben und dass die an unserer Atomtechnik interessiert ist. Das möchte ich Ihnen ganz klar nochmal sagen. So, also das wird in Deutschland und in den USA gemacht. Und es gibt jetzt auch noch einen weiteren Spieler in der Arena. Das ist nämlich die NASA in Amerika. Die hat jetzt kürzlich angekündigt, dass sie ein eigenes, unabhängiges Forschungsprojekt in Amerika durchführen will, unabhängig vom militärischen Forschungsprogramm des Verteidigungsministeriums, weil das natürlich alles geheim bleibt. Was die da machen wollen ist, mit 100.000 Dollar Budget ist nicht viel, aber sie wollen jetzt erstmal gucken, was haben wir denn bis jetzt schon über UAPs rausgekriegt. Ich sag mal, da weiß die NASA eine ganze Menge. Sie wollen vor allem rauskriegen, welche, wie könnten wir unsere Mittel so einsetzen, dass wir möglichst in Zukunft noch mehr rausfinden. Also da werden sie in Zukunft noch deutlich mehr von sich geben zum Thema UAPs, als wir das bis jetzt gehört haben. Und in Russland hat sich übrigens gerade der Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos auch zu UAPs geäußert und hat gesagt, er weiß, dass die russische Akademie der Wissenschaften sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist übrigens das erste Mal seit Jahrzehnten, dass so etwas gesagt wird. Es war aus Russland bislang nur bekannt, dass die während des Kalten Krieges eben ebenfalls ein gemischt ziviles, geheimes Forschungsprogramm namens Zetka oder Galaxis oder Horizont am Laufen hatten, aber dass es dann beim Zerfall der Sowjetunion langsam eingestellt worden sei. Also die Russen interessiert das natürlich auch und wie wir aus den Anhörungen vor dem US-Kongress erfahren haben, sollen die Chinesen ebenfalls so eine Art UAP-Taskforce haben, die dieses Phänomen untersucht. Also alle sind auf dem Laufenden und die Deutschen haben wie immer keinen blassen Schimmer davon. Also wir sehen, inzwischen beginnen einige Wissenschaftler, sich für dieses Thema zu interessieren und das Thema nimmt gewaltig an Fahrt auf. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie geht es eigentlich für uns damit weiter? Für jeden Einzelnen von uns. Wie wir wissen, ist die Menschheit derzeit, was heißt derzeit, immer in ihrer eigenen kleinen Konflikte verstrickt. Und ich finde, dass die Beschäftigung mit UAPs wirklich etwas Demütiges lehrt. Wir müssen uns ja nur mal überlegen, wenn die jetzt hier um unseren Erdorbit kreisen, welchen abbärmlichen Eindruck wir als Menschheit auf die machen müssen. Hat sich das eigentlich schon mal jemand überlegt? Was für ein abbärmliches Bild wir abgeben. Haben wir eigentlich nichts Wichtigeres zu tun, als uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Die andere Sache ist, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass durchaus eine gewisse potenzielle Gefahr besteht, dass dieses UAP-Phänomen, das es nicht nur seit Anfang der 40er Jahre, sondern wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden auf dem Planeten gibt, dass das von Regierungen instrumentalisiert werden könnte, um eigene strategische Ziele zu erfüllen. Es gab immer wieder diese Befürchtungen, dass vielleicht versucht wird, UFO-Sichtungen zu stagen und dass man die Bevölkerung damit manipulieren könnte. Nicht zuletzt die Amerikaner haben schon in den 50er Jahren in Geheimdienstdokumenten darauf hingewiesen, weswegen sie die Empfehlung ausgesprochen hatten, das Thema lächerlich zu machen beim sogenannten Robertson-Panel. Ich muss allerdings sagen, wer jetzt vermutet, dass die US-Regierung jetzt oder dass das, was jetzt gerade aus Amerika zu uns schwappt, dass das eine Initiative der US-Regierung wäre, um uns die UFOs irgendwie schmackhaft zu machen, weil sie damit irgendwie was anstellen wollen. Dem sei gesagt, dass ich also bis jetzt keinerlei Anzeichen sehe dafür. Im Gegenteil, Luis Elizondo sieht sich eher einer Verfolgung, einer Desinformationskampagne ausgesetzt für das, was er getan hat. Und die Geheimhaltung wird strikter. Also solche UFO-Videos, wie wir sie jetzt von ihm gesehen haben, werden wir in naher Zukunft wohl nicht mehr kriegen. Es sei denn, es gibt großen öffentlichen Druck. Die US-Regierung zieht die Zügel an. Die wollen nichts dazu sagen. Wir müssen uns aber auch überlegen, was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Also wir haben gehört von den beiden Exo-Soziologie-Experten. Wie wird sich das auf die Menschheit auswirken? Selbst in dem zweiten Szenario mit dem Artefaktszenario sagen die, dass es dazu kommen könnte, dass Militär eingesetzt wird, um sich dieses Artefakt zu bemächtigen und so weiter. Und jetzt überlegen wir uns mal, was hat denn das jetzt hier für Auswirkungen, wenn das wirklich so ist. Wir werden hier besucht von einer uns überlegenen anderen Intelligenz, von der wir nicht genau wissen, was die wollen, aber sie machen Sachen, die wirklich heikel sind. Was bedeutet das für den Dow Jones Index? Was bedeutet das für die Religionen? Allein diese Frage, was bedeutet das für die Religionen? Wir müssen auch endlich versuchen, uns darüber Gedanken zu machen, was es für uns bedeutet als Menschen, dass wir nicht allein sind. Wir sind halt dann nicht mehr die hellste Kerze auf der Torte. Sondern wir sind eine von vielen und nicht mal die höchstentwickelte Spezies. Wir geben ein ziemlich erbärmliches Bild ab. Wir müssen uns auch mit unserer Annahme hinterfragen, dass wir mit unseren eigenen derzeitigen wissenschaftlichen Methoden in der Lage wären, diese andere Intelligenz so zu erforschen, wie wir alles andere erforschen würden. Wie wir eine Mikrobe unter dem Mikroskop erforschen würden. Denn so wie es für mich aussieht, ist es eher so, dass wir die Mikrobe sind, die unter dem Mikroskop liegen und dass jemand anders durch dieses Mikroskop blickt. Also wir blicken nicht von oben nach unten, sondern wir werden beobachtet und wir blicken von unten nach oben. Und was wir da sehen, also ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt Aliens sind. Sie scheinen uns ja derart überlegen zu sein, dass man sich fragen könnte, ob sie aus einer übergeordneten Realität stammen, von der wir nur einen Bruchteil wahrnehmen können, nämlich Länge, Breite, Höhe und linear verlaufende Zeit. Und das wiederum, das bedeutet nichts weniger, als dass wir unseren ganzen Begriff von Realität hinterfragen müssen. Also wir müssen die ganze Art und Weise, was wir als wahr wahrnehmen, hinterfragen. Also wie man sieht, das sind nur einige wenige Überlegungen, die man dazu jetzt in der Kürze der Zeit anstellen kann, die zeigen, dass alles ins Wanken geraten kann und uns den Boden unter den Füßen wegziehen kann, wenn wir nicht ernsthaft endlich anfangen, dieses Thema ganz seriös wissenschaftlich zu diskutieren. Wir brauchen aber auch Philosophen natürlich, denn wir müssen uns irgendwas überlegen, wie das mit uns weitergeht. Es steht ein gewaltiger Quantensprung in der Evolution der Menschheit an, wenn ich das hier richtig verstehe und wir brauchen Vertrauen auch darauf, dass alles gut wird und dass das alles seinen Sinn hat. Und dieses Vertrauen können uns Regierungen und Politiker und Militärs derzeit nicht liefern. Wir müssen uns dieses Vertrauen, wir müssen uns diese Sache selbst schaffen, indem wir uns selbst mit diesen Fakten auseinandersetzen und uns ganz ernsthaft überlegen, wie es mit uns weitergeht. Denn wie gesagt, dieses Thema, das nimmt zu und es ist die größte Herausforderung für die Menschheit und darum müssen wir uns ernsthaft damit beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.